Moin Leute, willkommen zu diesem kleinen Video hier. Ich möchte mal mein Haus vorstellen und ja, lass einfach mal losgehen. So, das hier ist so eine kleine Abgrenzung und ein kleines Feld, was ich gebaut habe. Ist nicht ganz fertig geworden, weil ich nicht genug Samen gefunden habe. Und irgendjemand hat hier die ganzen Tiere geschlachtet, deshalb war das Feld nötig. Das ist die Vorderseite unseres Hauses von mir und Laurin und ich gehe einfach mal rein. So schlicht und einfach. Ofen, Werkbank, Betten und eine Cheste. Dort unten ist unser Keller, der ist auch noch nicht ganz fertig geworden, wegen dem Zeitdruck. Hier sollten einfach ein paar Kisten rein und noch ein paar Öfen zum Heizen und zum Verbrennen von irgendwelchen Sachen. Dann draußen nochmal das komplette Haus und das mit aufwendigste ist eigentlich das Dach und die Dekos an der Außenseite, wie hier Blumen mit Erde und einer Abgrenzung aus Falltüren. Und dann noch ein bisschen Beleuchtung. Ja, das war jetzt mein ganzes Haus und mehr dazu habe ich eigentlich auch gar nichts zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hier nochmal das Endergebnis. Ciao. Baby Musik 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 Bis zum nächsten Mal.